Gute Luck euch! So. Ah ja, Männer. Ist hier noch einer? Gerade angekommen. Da kommt gerade ein Middlebird. Der Ziel dreht jetzt nicht mehr. Der hört dich nämlich. Der weiß nicht, dass du da bist. Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. Was ist denn hier los, Alter? Das ist hier unser, ey. Das ist hier unser, Alter. Ja, unser. Das kannst du mir glauben. Ja, aber sicher. Nee. Die steigen jetzt in ihr Helikopter und fliegen weg. Ja, das glaubst du irgendwo selber nicht, Digga. Naja, doch. Oh, du. Guck mir mal in die Augen, Alter. Willst du hier echt... Willst du hier echt... Willst du hier echt Ärger machen? Digga, du bist tot, Mann. Du bist tot. Du bist tot, Alter. Ich knall sie gleich ab. Dirk, erschieß ihn. Oh, was kommt denn, Bro? So, Alter. Nicht mit mir, du. Verstehst du? Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. So, wir packen unser Zeug ein. Das ist der Kerl mit den 1000 Pillen. So, pack dein Zeug ein. Nimm das Zeug raus. Wir nehmen das wieder mit. Nicht mit uns, Alter. Äh, negativ. Sind das sofort weg hier. Ja. Roleplay hat auf jeden Fall stattgefunden. Hier sind mehrere Leute. Abhauen. Okay, komm, abhauen. Jetzt haben wir uns mit denen verscherzt. Die uns die Pillen verkauft hätten. Soll ich nerven, Alter? Soll ich nerven, Alter? Soll ich werfen. Und bin immer wieder. Ich liebe dich.